jetzt sind wir schon wieder hier ja auch immer der gleiche stadt zu okay wir müssen ihn töten und alle leute die hier in der base sind ja ist kein problem marcus wird er wieder vor ich will er kann man die lucha würde ich sagen auch das nur Leben drin ich kann auch meinen zwei ständige Luft 2 in der Luft nur die Ehe in der Luft für den Sprung Aja in der Luft Arne jetzt sein solche nicht immer ins BD klar auch es auch so viele aufzunehmen nur ein bisschen der jungen aufzug aufzudrungen pro hallo wie wir alle gleich ab dass noch einer bei uns hochgefahren soll das hätte erst unter gerannt ja hier unten ist jetzt party also ich kann ihn irgendwie nicht treffen ich habe dreimal sein der lebt bei noch er war weiter im Wochenende noch lebt abwarten sich selbst die ganze Stärkung Robert und wir sind dahinter und nach oben müssen wir hier nach oben stirbt doch endlich oh man da sind ja wieder lauter von denen oh man ich schaff den schnellen Tod nicht oh hier ist Mod wieder bei mir weil ich hab's bei euch auch ein Mod ist ja ja wir werden alle ich mein ich muss so hoch für Vitalität oder so ja keine Ahnung ja wieder mehr Gesundheit hab ich nicht gekriegt gut können wir weiter jo oh was hat er oh ich bin der Falle nicht gegangen oh aber die kommen bei mir was viele ne zwei ich weiß gar nicht wo ihr seid bei mir sind sie wo kommt er wo kommt er keine Ahnung ist dann noch einmal hinter mir ne ne Markus links oder so warte mal auf Markus Sven nicht meine die Tür hier bleibt zu hoffentlich oder ja bleibt doch jetzt einfach worten die Tür hier ist eine geschlossene die geht nicht auf die Tür wo wir hin müssen ist die da hinten nein wir müssen da drüben durch den Tunnel dadurch ja sag ich doch das ist keine Tür ist n das ist nämlich auch ne Tür alter ein Tunnel ein Lüftungsschacht kein Tunnel auf also was ist schneller tot drei stück ganz schnell hintereinander töten also die haben kanzerung jetzt schon schneller tot glaube ich hatte ich schon bei mir sind die alle er weil du wieder alleine wirst die werden jetzt stärker ja könnte daran liegen dass ein alarm an ist ne die haben jetzt rüstungen an und dass ein alarm an ist alter der steht wieder auf hinter euch alter der mann richtig schön könnte so muss das so macht das Leben Spaß das Spiel immer bisschen Gegner hat wo schaden machen als er kein Schaden bekommen naja super und tot auch runter gesprungen ja nein ich auch jo geil oh was ist das bin ich jetzt oben ah so muss es ah ok die Lappen oh oh fuck ist keiner ich dachte wir hatten den besieg den spaß das ist schon wieder ein neuer die klonen sich bestimmt wahrscheinlich gay oder so oben ist lud leer aus hoch rechts rum wieder hoch hier mit einem war doch doch weißt du nicht so nennen wir an ich meine sonnen wollen so neuer macht er bei der schräge nicht oder was er doch machte aber nicht so wie es du willst hier hinten kommt man auch hoch aber auch nicht so wie man immer hoch sollte glaube ich das ist bei den Tendenz mit seinem Beutenspiel was ja hier oben ich bin oben er wollte haben zwischen der wand da und der wand hier zwischen den beiden wänden hier da musst du gegen helfen und dann hier rüber dann wieder zurück und dann wieder hier her ja egal so wichtig ist es nicht also geht es weiter ich habe den weg weiter gefunden ja ich bin in der wand hey das war mein stealth kill das war mein stealth kill das war mein stealth kill ja dann halt nicht oh scheiß ding da unten ist einer abends nein war meiner das mehrere drei sogar wir sind ganz viele drüben da ist er wieder wieder an der seine stelle ja also wie viele ja was er zieht schon einige mehr untertanen nützlich würde ich sagen naja denkst du willst du mir so schwach ich habe ihn geflasht ja ich würde mir dann so still wechselwaffe kommt schon wurfmesser sind viel geiler ja ah deckung deckung wo alle noch verschluckt wie flash ich denn nochmal mit 1 ganze blitze schießen und mit 2 machst du deinen eigenen speedy oh ja nein er hat mich alter fast tot ich bin fast tot neun leben ich bin tot ich auch mach das soll mich Markus wo bist du er hat mich er holt mich ja ja du hast fein noch 8 sekunden ok geh du ran ich lenke den ab ich hab schon blitz nein ich hab keine energie danke fuck der ist echt stärker also ich hab hier wieder kein schutzschild mehr wir haben wir haben ihn wir haben ihn nein haben wir nicht der hat irgendeinen riesenroboter geholt mit ner chain gun what the fuck alles ist explodiert ich bin fast tot fuck alfa kanonier Markus ist am boden wo eine sekunde ich und sag ich mich mal ja oh leute holt mich mal du bist schon längst weg ach ne weil ihr nicht kommen wolltet ja weil du gelehrt hast und nichts von dir gekommen ist du hast hier nichts gesagt was von mir macht wenn du nichts sagst ich bin tot oben tot oben tot oben tot ja ja ich meine nur weil Markus auf ihn einklopft anstatt zu mir zu gehen ich komme doch ich habe keine energie naja der ist tot der ist tot der ist tot echt ja es ist ja wirklich ne auch nicht so so und jetzt dann noch die ganzen anderen anderen missgeboten ja aber da nehme ich jetzt meine wurfmesser weil es mir zu blöd hier mit dem bogen da hat was fallen da so rum ja ja stufe aufgestiegen stufe aufgeschockt level 1 hast du schießt sie auf mich ne da oben irgendwie hä wo haben wir jetzt alle langsam keine Ahnung ich habe doch gerade noch gehört ja irgendwo hat noch einer was geschwätscht sei ich habe ihn meiner da ich pehle mir hab ihn no problem wir haben wohl jetzt zurückgesetzt ich würde ein assault hin jetzt kann ich meinen bogen nicht mehr ausrüsten nicht nicht ich bin nur mein schweinON specific du drück doch dann jetzt kann ich mal ein Bogen ich muss dir das Muni wieder aufsammeln FG F wechselst du zwischen Pistole und Bogen bei mir nicht hast du es angestellt wir holen Alarm mach dir vor vor haaa Abhin Alarm ist aus nö ah jetzt lebt Futur nö so echt aber das kann auf einmal übel laut und hast gerauscht da ist der Ausgang kommt noch welcher ITF ab zu für 7 abgeschwaß Lepilato äh gut haben wir alles da machen wir schicht im Schacht hier Herr, bin ich jetzt hier jetzt bin ich wieder hier in dem Raum da kann man durch den anderen Rotor hier wieder runter hüpfen habe ich gleich gesehen aber hinter uns sind noch Feinde oh wo denn ich hab sie schon da ist noch gut und ich habe auch schon Ampullen und so jetzt da noch gefunden oh oh Drogen woher und nein nein na hast du das gesehen Markus komm 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 hast du das gesehen Futur sobald der jetzt hier ist geht es eh weg Akkus schau wir gehen jetzt eh wenn der hier rüber schwingt doch 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 jetzt ja jetzt hat Futur mal die meisten Schaden ausgeteilt wir haben alle ungefähr gleich viel Schaden genommen die meisten Kills hat Futur gemacht die meisten Kopfschirze Markus und die meisten Nahkampfkills Futur ja es hat ein bisschen Gas gegeben ja und da würde ich sagen dass du was auch wieder ja diese runde oder ich habe Sekunden zu installieren what the fuck what the post eingangs hä ich habe irgendeine Übertragung ich auch ich auch ich auch ich auch ich auch segment die Schnauzen was ist es für ein Segment wir drücken es wieder in den Boden sound muted sound resumed okay es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus das hier ist schon wieder dasselbe behörblich nix gekriegt also auch wieder dasselbe okay wir sollen weiter kämpfen sagt sie am 1.1.2015 hat sie mir das um 20.19 fünfmal gesagt ich habe es gar nicht geguckt wo habe ich das jetzt bekommen wahrscheinlich irgendwo so Kommunikation Posteigen ist das Video irgendwie immer das gleiche oder? ja das ist immer das gleiche ja mir läuft das immer noch ja es ist nur endlich wie dir was auch kann das wiederholt sich einfach dauernd okay ich installiere zu mir hier noch das Segment und dass ich wieder einfach irgendwo in den Boden klatsch ja wir drücken wieder in den Boden ja ja aber ich habe dich gemütet weil du die Sequenz reingelagert hast achso auf jeden Fall können wir jetzt in die Sternenkarte das heißt Leute das war es jetzt erstmal mit der Aufnahme mit allen anderen zusammen und ich werde jetzt dann noch mein Level Up beziehungsweise mein Rang up spielen damit sehen wir uns gleich wieder Servus und Ciao Ciao Ciao